Musik Liebe Zuschauer, Sie sind heute zu Gast bei dem Wasserfreund Spanner 04 hier in unserem herrlichen Forum Bad. Die Wasserfreunde Rekordmeister aus Spandau, hier nominiert beim Amateursportpreis 2018. Was macht uns aus? Ja, ich glaube, das liegt besonders im Namen, der Teamsport. Ich glaube, wir sind ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass wir es hinbekommen, die Werte im Sport einfach zu transportieren. Die Mannschaft besteht aus Spielern zwischen 18 und 55 Jahren. Trotz dieser Altersspanne dürfen sich die Wasserfreunde Rekordmeister nennen. Im letzten Jahr waren wir sehr erfolgreich. Wir haben in Berlin die Berliner Pokalmeisterschaft, die Berliner Meisterschaft gewonnen und sind bei den deutschen Masters in den Altersklassen 35 plus und 45 plus jeweils deutscher Meister gewonnen. Diese und noch viele weitere Erfolge konnten die Wasserfreunde erzielen. In diesem Jahr steht nun der Amateursportpreis auf dem Plan. Wir wollen den Preis gewinnen, weil wir jahrelanges Training hier da reinstecken und damit auch die Jugendmannschaften motivieren wollen und vielleicht auch für unsere Mannschaftskasse. Wenn auch Sie der Meinung sind, dass die Wasserfreunde aus Spandau den Amateursportpreis verdient haben, dann stimmen Sie jetzt ab für die 04er.